Grüß dich all in die Waldfurtz-Plan, eine gute Költe-Plan. Sie grüßt im Allerland, der dann nur im Jahr ist ja. 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 Applaus! Ich darf die Schürstelle den Kommandanten und Präsidenten Markus Rappert, den Garde-Spieß Sebastians Lüsch, für die Musik Rolfgang Knappe und Hans Leich und natürlich das Tanzfahrt, der Tanzoffizier Stefan Schadek. Und auch hier das Schönste zum Schluss, es ist ihre letzte Session, sie ist gestern grandios verabschiedet worden und auch hier einen tollen Applaus aus der lachenden Köln Arena für Andrea Ehrer. Lieber Andrea, genießt die letzten Tage von Herzen, sie kommen nie mehr wieder, wir verabschieden das ganze Schmölnchen mit blau und jordene Tön mit Brevo von Enze Köln. Lachende Köln Arena, Lachende Köln Arena, Marder de Fontkot, danke! Lachende Köln Arena, Lachende Köln Arena, Lachende Köln Arena, Lachende Köln Arena, Lachende Köln Arena,